Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben heute 163 Aussteller vor Ort, 53 Vorträge, 14 Workshops und ringsherum ein fantastisches Programm zusammengestellt. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind und dass ich Sie heute begrüßen kann. Wir sind zu Gast beim Digital Future Congress, weil wir schon aus den vergangenen Jahren die Erfahrung gesammelt haben, hier sehr interessante Gespräche führen zu können. Und wir genau hier die Personen finden, mit denen wir im tagtäglichen Projekt zusammenarbeiten möchten. Also die Großkonzerne, die besuchen wir natürlich zu Hause, aber hier sind Mittelständler, die sich informieren wollen und hier kommen wir ins Gespräch. Auch übrigens mit öffentlichen Auftraggebern. Deswegen hat dieses Lokalkolorit von so einer Messe wie hier einen großen Wert für uns. Was mir gut gefällt, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen Messen, ist, dass hier die meisten Aussteller sehr aktiv auf die Besucher zugehen. Also man wird sehr direkt angesprochen und das hilft dann dort auch mal ins Gespräch zu kommen. Was mir ganz besonders gefallen hat, ist, dass man mit den Menschen, mit denen man sich unterhalten hat, auch ein bisschen brainstormen konnte. Man hat Ideen ausgepeilt, Informationen ausgeteilt, die man vorher nicht kannte, Informationen ausgegeben, die vorher andere nicht kannten. Das habe ich so bei einer Messe noch nicht erlebt. Was mir sehr gut gefallen hat, waren die Kurzvorträge. Die fand ich sehr spannend. Da waren sehr, sehr unterhaltsame, aber auch interessante Geschichten dabei. Ich finde, das ist hier sehr gut aufgebaut. Die Atmosphäre ist gut und ich bin jetzt zum ersten Mal dabei, aber ich würde auch gerne wiederkommen. Die Organisation hat uns hier sehr gut gefallen, wie das Ganze aufgebaut ist. Von dem ganzen Konzept her, vielen anderen Messen sind ähnliche Konzepte, aber es ist jetzt hier einfach eine lokale Messe, auf der man regional unterwegs sein kann. Wir würden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder herkommen, weil es für uns eine sehr gute Cost per Lead ist. Wir treffen hier spannende Leute und der Aufwand hält sich dank der guten Organisation sehr in Grenzen, was für uns dazu führt, dass wir jetzt schon das zweite Jahr hier sind und mit Sicherheit nächstes Jahr das dritte Jahr kommen. Ja, jetzt ist das jetzt, Frau Frau, ich würde jetzt gerne noch nach. Ich würde mich über 50 Minuten her wissen. Und ich würde mich über 40 Minuten学 anno be таких, Ich würde mich über 90-10-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20. Ich würde eben ein wenig finanzene Wachsimeinện zu demonstrieren.